Hallo, ich bin der Markus Eisenbichler, bin Skispringer, habe drei Goldmedaillen gemacht in Seefeld bei der Ski-WM. Vincent Skalger, Silbermedaille in Seefeld in der nordischen Kombination. Erik Frenzel, nordische Kombination, Doppelweltmeister, einmal im Einzel- und im Teamsprint und Silbermedaille in der Staffel. Das ehrt mich natürlich und da sieht man dann auch, dass ganz nach oben das auch vordringt, dass wir im Sport ganz gut sind, wir Bayern, und da bin ich dann auch sehr stolz drauf. Ja, es ist natürlich eine tolle Gelegenheit für uns, ihn mal kennenzulernen und natürlich auch ins persönliche Gespräch zu kommen. Das ist was Tolles, das ist eine große Ehre. Das hat sicherlich jeder die Möglichkeit dazu, dementsprechend war das schon was sehr Tolles.